Aziz Nagel neuer Kampfjet, der ist ja mal ganz fett auf dem Weg in Irak Freddy, 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 Freddy? Ja? Äh, was machst du? Nix gerade, mir ist langweilig. Dir ist langweilig? Ja. Ja, da hab ich doch was für dich! Denn um 19 Uhr streamt wieder Revenzeit! Nein! Auf Twitch! Doch! Auf Twitch! Streamt Revenzeit! 19 Uhr heute! Schaltet ein. Daumen hoch. Schaltet ein. Daumen hoch. Tschüss. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu der Folge von Ultratalent. Ich habe wieder Spielkind-Merch an. Bitte verurteilt mich deshalb nicht. Ich weiß, dass Dena ein scheiß YouTuber ist und überall seine Finger im Spiel hat. Aber, Freunde, man muss einfach mal sagen, dieser Pulli ist kuschelig und macht mich auch ein bisschen geil. Mit dabei ist heute wieder der liebe Sturmwaffe. Guten Tag. Ich balanciere es. Super, genau. Alles klar. Du bist das Intro, Kind? Äh, ja. Schönen guten Tag. Dann mach mal. Okay. Herzlich willkommen zum Ultratalent, meine Freunde, zu einer neuen Folge mit Spiel. Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ultratalent mit Revenzeit. Das bin ich. Das bin ich. Dankeschön. Das war sehr schön. Bis später. Super. So funktionieren Talente, Alter. Fand ich. Fand ich. Fand ich. Du fresse jetzt. Benlexer. Hallo, Freunde. Oh, hallo. Hi, Revi. Na? Ich wollte mal fragen, wie es aussieht mit How to Minecraft. Uff. Uff. Ich glaube einfach, dass das hier nicht der echte Benlexer ist, sondern sich hier um ein Fake handelt, ne? Doch. Ich hab das ganz stark eben Urin und der Urin ist in meiner Hose drin, also jetzt einfach mal, ne? Das... Das... Da hab ich ihn mit meinem Gehirn durchschaut, ja? Der Abschied hält nicht ewig, Baby. Zorg dich nicht. Wir sehen uns vor. Wir sehen uns vor. Wir sehen uns vor. Wir sehen dich. Drei. Vier. Komm nachher. Einzelkampf sei ein Mann. Aber Leben mit dem Korntrecht. Zeig dich an. Einunddreißiger Style. Hab ich einen schlechten Tag. Und jeder, der mir ähnlich wäre, kommt weg verklagt. Ein Crack-Hit. Oh Gott. Kann es sein, dass deine Eltern sich einfach zur Adoption freigegeben haben? Levi's verschweiner Bruder. Hallo? Hallo? Ja. Kannst du was anderes? Fred, ich hab das Gefühl, dass diese Konversation überhaupt keinen Sinn mit diesem Menschen hat. Mach nochmal kurz. Hallo. Ja, du hast kein Talent? Nicht wirklich. Und willst singen? Ja. Von Adele. Gut. Okay, mach. Gut. Ich hab das auch schon geklärt. Gut. 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 Du bist gebannt. Gut. Er freut dich sogar. Hallo? Hi. Das ist ja so. Ach, neiiin. Ach, neiiin. Ach, neiiin. Ach, neiiin. Ach, freddi. Ach, freddi. Hier! Ohhhhhh Haltet bitte die fresse, haltet bitte die fresse Seid mal leise, jetzt kommt jemand in der Fotoshow Parodie, das wert ist ok? Freddy, mann Wo geht YouTube Deutschland hin? Echt? Wir nehmen einfach YouTube Deutschland und schieben nichts woanders hin würde ich sagen Magelneuer Kampfjet, der ist ja mal ganz fett Auf dem Weg in Irak schlepp ich ne Frau mit nem Bier ab Der Typ der eine Bombe gelegt hat, hat er nen Güte schon wieder Auf Kosten eines Tierpacks Ich, Allah Akbar, ich kille meine Scheiße, du weißt Nein, Levin, mit deinem Level nie erreichen Scheiße, danke, ich scheiße auf dein Life, denn ich kille zur Zeit Nice, die Arabo-Net Ja, jetzt ein Life, Turban fischgestylt, Sprenggürtel bereit Riding in the Kampfjet, noch besser, ist voll nett Auf Insta, folg mir dein Land Fläschmann auf einmal will ich dabei, Leertürer sein Und das nur wegen dem Money und dem Attentat Scheiße, ich wär Araber und scheiß auf dein Homo-Bart Alles klar, gut, super Super, das reicht, toll, war scheiße Hey, ich hab schon lange festgebannt Ja, darf ich dir mal grüßen für euch? Nein Bitte Nein Was lacht ihr so, ihr dürft auch kein grüßen, verpisst euch Nochmal mit Text jetzt, okay? Ich sing's jetzt, mit singen Deinen Traum, denn er wird wahr Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr Alles was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist Ja, greif nach den Sternen, du bist bereit Aber bei dich bald ist es soweit Wir werden bei dir sein Sei bereit Ja, irgendwer wäre Offbeat, ich glaub du Ja, scheiße, tschüss Geh, 23 Gramm Wieder am Start Mit Wettbewerb, Bro Ah, nice Lara, das klingt sehr schön Ja? Ja War cool Ja, tschüss Dankeschön Okay Darf ich noch mal grüßen? Ähm, ja Superhammerin, geil Ey, hallo Revi, äh, ja, ich wollte dich fragen, kann ich danach mit dir reden? Nein, aber mach einfach mal ein Talent Okay, warte Ist das so laut genug? Ja Okay, warte Yeah, Revi, das ist für dich Okay Diesen Song hab ich selbst geschrieben Okay Was hast du, heißt er Sag mal leise, Freddy Okay, hör mir zu Es geht jetzt wieder um mich, okay? Ich fahr auf BMW, was machst du? Ich fick Frauen, was machst du? Ich hab Fans im Übermaß, was hast du? Ich hab Kohle und Respekt, was hast du? Du hast nix von dem Also halt deine Fresse und gib Ruhe Es war anstrengend, alle dies zu schaffen, alle dies zu haben War ein langer Weg Mir wurden auch Steine in den Weg gelegt Gab Steine, bei denen man hinfällt Doch stand immer wieder auf Und ging weiter rauf Okay, okay, hör mir zu Äh, warte mal Stop, ganz kurz Warte, warte Ja? Aber so mal for real Ist das dein Ernst so? Also meinst du es ernst? Nein Also doch manche fick ich Frauen Manchmal ist so die Definition von wieviel Jahren? Äh, von 13 Du bist 13? Mein schwarzer Arsch Du hast noch keinen Sex Mein schwarzer Arsch Du hast noch keinen Sex Hallo, du streitst dich mit Google Hallo Und zwar hört euch das an Okay, Google Chalmer Wikipedia sagt Grimma ist eine große Kreisstadt im Landkreis Leipzig Nein, ich will das nicht Chalmer Okay, Google Chalmer Hier sind die Einträge für Firma Nein Ich will mich gemeinsam auf die Apo jetzt in den Schuhverleih Okay, Google Chalmer Chalmer Ich glaubst du gar nicht, dass wir es nicht vergrüßt, ich vergrüßt Google eigentlich Das ist ja gar nicht, dass wir es nicht vergrüßt, ich vergrüßt Google eigentlich Das ist ja gar nicht, dass wir es nicht vergrüßt Jetzt ist mein Schuh kaputt Alles klar Super, super Ja Da Seh ich schwarz für Deutschland Super, was kannst du? Ich, ich kann Gut singen Ja Peli, ist wieder dein Fall Ja Alles klar, die Fresse, der nächste, guten Tag Hallo, ich singe Britney Spears Toxie Alles klar Aber so for real jetzt Willst du in der Schule, also ganz ehrlich, du rufst gerade dazu auf, dass die Leute in der Schule zusammenschlagen, ne? Äh, eigentlich nicht, die wollten, dass ich sogar Britney Spears Toxie singe, aber nicht so gut, weiß ich Gute Freunde braucht man, ne? Ja, mach, toll Gute Freunde Gut, dass die dich bestärkt haben in deinem Weg Ja, finde ich auch, nette, nette Leute Sag den Leuten in deiner Schule, dass die sich auf jeden Fall gerne zusammenschlagen können Aber du hast ne tolle Atmung, muss man sagen Ja, super, ohne Witz Nichts geht über deine Atemtechnik Toll Super, was kannst du? Hallo Äh, ja, ich kann ein Kollege spielen Ja, mach mal Oder Tetris oder irgendwas so Ja, mach mal Tetris zum Abspann, okay? IC Tetris Alles klar Super Also ich werde dann immer schneller Genau Okay Leute, das war's von dieser wunderschönen Folge Ultratalent Wenn auch ihr es geschafft habt, irgendwelche Teile in eurem Gehirn auszuschalten Beziehungsweise manche Teile in eurem Gehirn nicht von dieser Folge zerstört worden sind Lasst einen Daumen hoch da Lasst ebenso einen Daumen hoch da, wenn ihr gerne Ultratalent guckt und Kein Scam, bei 50.000 Likes kriegt ihr alle ein eigenes Raumschiff Enterprise Ist kein Witz, bei 50.000 Likes Kein Scam nochmal Ich würde einfach jetzt halt direkt meinen Daumen hoch da lassen und mir auf Snapchat folgen RealRevy Da habe ich letztens gezeigt, wie man aus Klebeband, einem Portemonnaie und einer Batterie und ein bisschen Holz Und ein bisschen MacGyver einfach in Holz macht Danke Genau, tschüss Danke So, jetzt sind wir hier noch Komm Leon, mach einfach, ich hab echt keinen Bock mehr jetzt auf die Leute hier auch Wieso, kein Ultratalent gefunden? Nee, überhaupt nicht Leon, also wahrscheinlich hast du jetzt gewonnen Also auf jeden Fall habe ich erstmal ein bisschen abgefunden Ja, ja, ja Ja, wirklich, das ist jetzt für den Song extra eine Geschichte Ich habe gerade so einen bisschen Scam gedichtet Alles okay, Stumm? Der ist am Wichsen Okay, alles klar Auf jeden Fall, du hast ja ein Greenscreen und so weiter gekauft Du sitzt ja eigentlich gar nicht bei dir zu Hause, sondern im fetten Villa und so Und ja, das war ein bisschen zu teuer, glaube ich Sie hatten zu viel Kohle, das war ihr Verdienst Und sie merkten schnell, dass es bergauf lief Gab schon teure Sachen, ne neue Cam gekauft Sie konnten alles machen, mit Cash am Start Doch jetzt sind sie weit, mussten Geld auftreiben Den Kuss vom Scheitern, denn Sie sind blank, haben kein Geld mehr auf der Bank Warum Cash in ihrer Hand? Ohne Kohle können sie nichts mehr holen Sie sind blank, haben kein Geld mehr auf der Bank Schaut heute Abend, mein Livestream um 19 Uhr Sie sind blank, Trevis-Merch, kauft Jomis-Merch Dann können sie sich wieder mehr leisten Ja Leisten In die Leisten Dankeschön, das war's vom Ultra-Tenent Schaut heute Abend meine Livestream ein Macht's gut, haut rein, tschüss Schaut bei der Musik vorbei Ciao Nix Baselio